Musik Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Halbfinalspiel hier beim Gexi Pro Sniper aka afghdld.com afg Currywurst und bei mir dem guten Mafuyu, der Tachos ist heute natürlich auch wieder da und ich bin heute Brasilien gegen Deutschland im Halbfinale Also Curry, erzähl doch mal ein bisschen was dazu, zu den beiden Teams Es geht zu den beiden Teams, Deutschland hat ja im Viertelfinale gegen Frankreich knapp mit 1 zu 0 gewonnen Wenn ich mein Spielgesicht sehe Und die Brasilianer spielen ja jetzt gerade noch Aber die gewinnen gegen Klumbien Führen 1 zu 0 und da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen Weil ja, die führen schon das Spiel an Also wir sind jetzt ein bisschen auf Risiko hier getrimmt Wir hoffen mal, dass die das Ding da gewinnen Wobei wir der anderen Mannschaft natürlich auch sehr viel glücklichen Wir möchten jetzt gerne von euch eure Tipps in die Kommentare Für die reale Partie und für die Partie hier bei dem Spiel Also das letzte Spiel Niederlande war extrem nervend auf rein Oh Mann Wir waren danach alle erstmal in der Eistonne Und äh... Drei Tage lang Seht ihr mein Gameface auch? Äh... Und deswegen hat sich Jürgen Löw dazu entschieden Mal in der Fünferkette zu spielen Auf defensiv Und ähm... Ihr habt jetzt einfach mal gucken Ihr habt das selbst gesehen Wie offen unsere Verteidigung ist Wenn wir einmal Angriff haben Und die dann dagegen In 4-2-3-1 Genau Und das ist so die Spielart von dem guten Donaldi Der halt immer so ein bisschen Ja, ich möchte jetzt nichts zu unterstellen Aber Wir wollen auf jeden Fall jetzt hier Ne Den Sieg Und ich hoffe, ihr seid dabei Wir müssen jetzt mit Deutschland den Pot holen Der Curry ist Kapitän Und das Spiel beginnt jetzt auch mit Tipps in die Kommentare Drückt die Daumen Daumen hoch Und ähm... Wenn ihr da an einem Sieg glaubt Für Deutschland Zeigt uns das Direkt stürmen Ne, ne So, wir haben... Wir sind äh... Deutschland Also wir haben eigentlich... Ja, super äh... Beginn hier schon mal Ich bin mal ausgesehen Naja Ja, der Schiri ist auch wieder super toll In dem Gastgeber Ja Boah Dritte Minute Wahnsinn Das war äh... Keine Chance Alter, was wir uns am Start hier vorgenommen haben Ich hatte... Ich hatte keinen Zugriff Ich... Ich... Motivationsreden Das ist so traurig einfach, ne Du kannst da nichts dagegen machen Jetzt machen wir sie fertig Wir sind voll vorbereitet Neu von der Station Wir sind da ist Also ich bin gerade ein bisschen... Na gut, weiter, komm Komm, Leute Komm, 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 komm Go, 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 go Kommen die da durch Curry schon nah am Wahnsinn getrimmt hier Ne, das ist doch erbärmlich Mal ehrlich jetzt, Alter Oh Go, 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 go Ey, komm, Leute Weiter, weiter, weiter Komm, 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 Curry Komm, setz dich durch Ja, bitte, bitte, bitte Ja, Curry, komm Ich stehe mal abseits Ich war nicht mehr abseits Ja, der Daniel ist aber wieder Okay, ich war auch mal abseits Du auch Ja, also, entschuldige dich mal, du Affe Ich war nicht so klein abseits wie du Ich war hinter dir, Alter Was? Was geht denn bei dir? Du standst am Forsten fast Nein, ich war nicht der Vorderer Das war der Sascha Nein Ich hab jetzt darauf geachtet, dass ich nicht mehr abseits bin Ist auch scheißegal jetzt hier Komm, jetzt lass mal hier das Spiel, Mann Sascha Schönes Ding Das gibt der Sascha Das gibt's Das gibt's nicht Rau, das Ding doch einfach heiß Yes Ja Mann Ich will das so aus Sein Kopf auf den Tisch Weißt du Wie er die ganze Zeit sagt Sascha Der Sascha stand gerade weiter vorne Weil der Sascha nämlich rot ist Oder grün Oder was für eine Farbe der hat Hä? Entschuldige dich mal, Curry, offiziell Hä? Curry? Du, nur was im Abseits Nein Ach komm, leck mich am Arsch Leute, jetzt hört doch mal auf Wir sind jetzt hier Spur zurück, Spur zurück Der Denz hat die rote Farbe Weiter Leute, haltet die Fresse jetzt Ich bin nicht rot, äh, Sascha Ich bin blau Der ist doch die blaue Farbe Das ist so die Viel bei dem Spiel, ey Ohhhh Ja was, Dennis Wie soll ich da rankommen? Alter, jetzt hört mal auf Wie so aggressiv zu sein, Mann Ja, mir reicht's mit euch Wir sind ein Team Wir, was? Weißt du, wie Ob wir unsere Fresse halten Nur weil du da fünf Mit deinem Abfeld stehst Will ich ja jetzt so tun Als ob man voller Genie-Streich wäre Mit seinem Scheiß Keinen defekten Controller, Alter Jetzt spielt richtig hier Söhne, ey Okay, wir hatten die Lasse, Alter So, jetzt Konzentration hier Wir spielen Deutschland Mit Deutschland, Mann Wir müssen hier Oh, Sascha Nicht Sascha, das ist der Dennis, Mann Hör doch mal mit deinem Sascha auf Drauf Ja, wie denn drauf Was geht denn bei euch ab, ey Jetzt hör doch mal auf, hier rumzumeckern, Dennis Ja, du sagst immer Sascha Ja, ich möchte den Triumph haben Ja, weil du mal deine eigenen Tore feierst Nein Natürlich feier ich mal nach Ich feier alle Eiertore Ja, alle Tore Komm jetzt mal ernst Du feierst alle Eier Voli, weil Karl übrigens heute im Tor hat Nein, komm Nein, ich habe aber Ich feier ja wirklich alle Tore Auch vom gegnerischen Team Muss man fairerweise sagen Da, hier Curry Hier, Dennis Ach, nix Der spielt ja wieder lang Ich glaube, der Dunaldi, pass auf Ja, nochmal Sehr schön Oh ja Hat der Taurus leider nicht die richtig Kugel Hasse Hasse Leute, was macht Alter, ins Nicht, äh, weiter runter Nein, hoch, hoch, hoch Ist besser Ist besser, ja Sehe ich Ja Sascha Ja, guck mal Wir sind nach vorne gekommen Was ist los? Wohin ich denn da Ach, komm Oh, das soll laufen Das ist so unnötig Der Dennis wieder, weißt du Kommt Dennis Ja Geil Rüder Einsatz Oh, Gott Oh Ach, soll ich ein langer Ball? Tja Oh ja Boah Alter, was hat der Keeper? Was Was macht denn der Keeper? Alter Mir wäre beinahe der Controller außer Hand gefahren wieder Kontrollierst du nichts mehr Ja, 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 lauf, 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 ich bin so frei, lauf! Das bist du! Ich habe noch nie frei in meinem Leben, Ball kommt! Oh mein Gott! Mann! Missverständnis hier. Ja! Missverständnis, haut den Ball voll weit raus. Missverständnis, ziehen wir euch nicht. Wenn der gesagt hätte, da war keiner. Der war auch keiner, Mann. So, stellt euch doch mal frei, ihr steht im Abseits oder so. Der Curry immer so tut, dass er voll lecker ist. Das geht ja gar nicht, aber das gibt dir nicht das Recht, mich hier abzumutzen. So, mutz immer Huse, ey. Alter, ihr... Oh, Pümler! Curry, was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich, Curry? Komm, jetzt hört mal auf, Leute, bitte. Das ist scheiße, Mann. Wir verhaschen hier voll der Spannung. Ja. Ja, wir machen ja keine langen Pässe nach vorne. Sascha! Hier unten, hier unten! Oh mein Gott ist das schön! Oh mein Gott ist das schön! Das Problem ist, wir haben den ultimativen Gegner, den Donaldi, ne? Ja, ultimativ. Hast du die Ironie nicht gemerkt? Guck mal hier, zack, flups! Flups! Das kann man ja mal kurz sagen, der Donaldi hat im Vorfeld schon gesagt, dass er sein Spiel der 1,50 groß macht. Koppel, damit, damit er so schnell ist, er lief. Nummer 8 von Frankreich. Da, Curry, jetzt aber. Curry, hier, Curry, also Curry! Ist auch wieder viel zu kompliziert, Leute. Wie er so einen Plan hat, weißt du? Ja, ist ja auch so. Irgendeiner muss ja hier einen haben. Also Curry, geh einfach vom Platz langsam, ne? Hallo, komm! Das war ganz schön gegen die Zwiebel, ja? Sascha, hier. Schön. Hast du gut gemacht. Wir sind wieder Freunde. Boah! Ecke, oder? Ne, ne. Ja, klar, Sascha. Ja, kann auch sein. Der Keeper kam nur dran, so weiß ich. So ein Pressball halt, ne? Leute. Das ist, das ist fast wie eine Presswurst. Da ist der Dennis, der Neuen frei! Oh mein Gott! Oh! Ne. Oh, ich stehe uns wieder selber am Weg. Ich kann ja nichts machen. Alter! Wenn du dich jetzt noch einmal drehst, ne? Dann dreh ich dir den Zipelin weg. Wo war das bitte, eine Abfuhr? Ich hab den Ball noch gehabt. Hä? Kommst du auf Abfuhr? Das hat gerade gesagt, Abfuhr. Du sagst Abseits. Nein, ich hab gesagt, der dreht sich wie den Zeppelin nach. Egal, komm. Alter, Leute! Schick ihn! Oh! Ja, mach ich doch. Bleib doch ruhig. Jetzt aber hoch. Wieder rumschreit, Alter. Seine Mutter versucht ihm gleich den Arsch. Der ist... Oh! Sag, sag, sag. Mein Gesicht. Was geht denn hier ab, ey? Ich wollte nur sagen, mit Zeppelin... Aber mal ganz im Ernst, ne? Wenn wir so locker spielen, sind wir eben besser als... Nein, sind wir gar nicht. Aber doch, sind wir wohl. Hier, Sascha! Was für'n Sascha, das ist doch kein... Ich wollte doch gar nicht da hin! Chillt, meuer Leif. Wie ist es so rausredet, Mann? Chillt, chillt on the base. Oh Gott. Oh, Sascha, jetzt halt doch mal deine Interfresse. Deine Interfresse, ey, ey. Der ist Curryvolle, der Rassist geworden, ey. Hört auf. Nur, wie er nicht weiterläuft. Also, wir sind so scheiße, ne? Ja, wir müssen jetzt in den Kabinen erst mal die Eistunnel, ähm... Ja, Team Subx, ja. Schub da wieder mit seiner Eistunnel. Und wollen, ja, was wollen sie? Dann wollen wir da rausfliegen, weil wir schön geflogen... Dann gib mit, dann gib mit, dann gib mit dem Flutschfinger und dann gib mit dem Eis. Weil wir schön geflogen sind. Was sollst du grad mit Zeppelin sagen? Nein, ich wollte das mit Zeppelin. Ach, egal. Kommt Leute, bitte. Scheiße drauf. So, hier die Statistik. 48% Ballbesitz für Deutschland und 52% für Brasilien. Wie ein Klappes, ey. 1-1. Was denn? Was denn? Schon gut. Wolltest du denn sagen? Du bist ja grad vorgeschossen, aber es war Upside. Na ja. So, weiter geht's, oder was? 5 Zweikämpfe gewonnen für Deutschland und 2 Zweikämpfe für Brasilien. Schuss aufs Tor bei der 2. Es steht 1-1. Und ich denke mal... Kommt jetzt Leute. Jetzt, ja. Was steht jetzt? Was? Wattest du? 1-1. Ja, wahrscheinlich war stilles. Kommt jetzt, Mann. Jetzt kommt. Ich hab dir grad ein Wasser gegeben. Disziplin. Ja, jetzt kommt die Konzentration hin. Ach, ich bin ja blau. Ich bin ja gar nicht rot. Ich wusste... Oh, mach da nix. Ah. Schön. Hör hier oben. Guck mal, wie frei ich bin. Ja. Ich lauf grad oben frei. Oh, Fall ist oben. Das ist doch richtig. Hier, Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war ich frei. Sascha. Sascha! Was, warum machst du denn hier hoch? Warum spielst du den Ball dann immer hoch? Was machst du denn? Spielst du da Pingpong, Mann? Ey, der hat mich sowieso behindert. Was, du bist behindert? Leute, hört auf, Alter. Was ist Deutschland? Ja, wenn der Donald dem Gegnerschen Team mit spielt, kann ich das sowieso nicht mehr ernst nehmen. Sorry, aber... Oh, Atom dis. Oh nein. Das hat nix mit dissen zu tun, aber ihr müsst den Curry mal fluchen hören, wenn wir... Wenn wir Aufnahmepause haben. Sehr optimistisch. Da jetzt aber jetzt muss ich mal hier ernsthaft wieder kommen. Na ja, ich geh ja schon. Hui. Sehr schön. Mal ruhig angehen hier. Lauf unten. Spiel kurz. Da hast du keiner frei. Was ist denn los da? Na ja, jetzt Curry. Ja, boah, du hast so gezahlt, Alter. Ernsthaft, ist das euer Ernst? Was ist das denn? Sascha, Alter. Was ist das denn? Ihr könnt auch solche Chancen nicht liegen lassen, Leute. Enno, was ist das denn? Unser. Mein Gott. So, weiter Ball nach vorne jetzt, besser. Ja, ja, da kann ich nix machen. Die Weck, da. Alter, wie der da reingekriegt. Richtig Aggro-Level, Alter. Boah. Lauf, 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 da oben. Hier oben. Oben. Ja, bleib doch ruhig. Tschü. Gah, schat, jah. Mani. Alter, ihr macht... Die Meerschweinchen vom Curryspiel übrigens heute auch mit. Ihr wollt... Man... Hä, den... Hätt man nicht machen müssen. Jetzt hier vorne, hier ist alles frei, hier ist alles frei. Das war kein Abseits gerade. Oh Mann. Immer noch kein Abseits. Ja, doch. Ich komm nicht so weit, das kannst du knicken. Boah. Hoch. Habe ich, habe ich, habe ich. Hoch. Schön. Dennis, pass auf. Dennis, pass auf. Dennis. Ich steh doch hier, mach doch. Sascha, komm. Sascha, mach ich doch. Ja. Ja, Mann. Ja. Das wurde vom Bären. Was? Brasilien hat übrigens gerade das 2-0 gemacht. Ja, hier hieß er doch. Da hieß er doch. Guck mal hier. Mann, die Fresse, ey. Das wird doch mal Zeit, ihr Spackos. Und noch mal, und noch mal. Hier, noch mal aus dem anderen Wickel. Mann. Lutsch mein Finger, ey. Ganz ehrlich. So, jetzt kommt. Ey, ich raste auf mein Controller. Nee, Curry, du bist doch behindert. Ist das gerade im Ernst? Alles gut, alles gut. Wenn wir den jetzt kassieren, Curry, ne? Ich komme vorbei und reiße die Nude weg. Ist gut. Ich spiele da mit Zeppelin. Dennis, Sascha. Ja, wer denn? Dennis, du bist mal abseits. Dennis, du bist mal abseits. Was für abseits? Ja. Ja, was für abseits? Hört mal auf zu meckern, Mann. Sascha. Oh, warum läuft der denn nicht da weiter? Ey, das ist so ein klopper. Ihr seid doch wirklich vom anderen Ufer, ganz ehrlich. Ey, da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein, hier bei dem Stil. Boah, wie ich mich gerade über das Tor gefreut habe. Habt man gar nicht mehr. Dezent. Dezent, ey. Dezent. Komm, komm, komm. Ja, also ich habe einen Krampf, ne? Wie geht es euch so? Alter, was ist ein Tor verdammt los? Ne, Mann. Ne, Mann. Kriegt er nicht. Wenn, du bist ein Abseits. Ja, ich kann mich nicht bewegen, Mann. Alter, was ist ein Ding? Sorry, da kannst du dich gleich nochmal sehen. Hier, komm. Ja, komm. Ja, wof, bin doch kurz. Sascha, was machst du denn da? Ihr steht euch nicht frei. Ihr stellt euch nicht frei. Doch, ich war doch im Rückraum. Ich doch, ich war im Rückraum. Ich war hinter dir, Mann. Man muss auch sagen, hinter mir. Und nicht einfach sagen, Das sieht man doch. Ich stand, oh. Solcher, oh. Mann, ey. Ja, weil ich dachte, dass du genug Hieren hast, um das zu sehen. Du müsstest ein bisschen, ne, ich doch nicht. Ne, das ist doch die falsche Quelle. Komm schon. Das ist doch der, der so Tourette hat. Hoch, hoch. Hoch, hoch, komm hoch, Curry. Hoch. Ja. Mando. Sascha hat mir den Ball weggeköpft. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Sascha. Boah, was war das denn? Komm, geht's. Was ist das? Was ist das? Was war das? Ey. Hä? Was? Warte, wo? Brrrr. Brrrr. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Brrrr. Leute, ich kann nicht mehr. Ich meine. Ich sehe nix. Schieß einfach ins Aus, Alter. Hier oben, hier oben, hier oben. Schick, ich bin richtig schick. Oh. Oh, nee, Sascha. Warte, was ist das? Das ist ein Foul, das ist ein Foul. Alter. Das darf nicht wahr sein. Komm her. Brrrr. 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 Ja, hab ich. Mach keinen Scheiß. Ja. Hab ich, hab ich. Darum ist es dann? Meiner. Sascha! Komm, köpf, köpf. Ja, Dennis. Klöpf, Dennis. Bissesköpf. Oh Sascha. Körriiiiiii. Pah! Öh sozusagen, wie kann man nur so doof sein. Ey, halt die Fresse, komm. 2-1. Ich will mit Bildchen fahren. Was? Jo. Der ist äh... Wie heißt die nochmal? Oh mein Gott! Jetzt macht der aber echt ein bisschen schludern, ne? Ne! Was schludern? Ja guck mal, die ab, er steht doch! Jaja, ich seh wie die steht! Ja guck doch mal, ich hab den Ball! Abseits! Hab ich ins Abseits gestellt, Sascha! Der wollte eigentlich ein ganz anderer anspielen! Also irgendwie komisch, wenn wir lachen, dass wir dann besser spielen müssen! Wir sollten uns anderen eigentlich Witze erzählen! Oh mein Gott! Kevin! Nee! Oh, Alter! Was geht denn bei dir? Ich habe angetippt! Ich habe angetippt! Wie wahrscheinlich nur mit Maus und Tastatur! Deckel, Leute! Boah, ne Decke wärts nicht schlecht! Komm, ist ja kalt! Ist ja total warm draus! Ja, aber ne kalte Decke! Sascha! Dennis! Du machst doch weiter! Ich weiß es nicht! Ich bin nicht der, für den du mich hältst! Es sieht nicht so aus, wie es aussehen soll, was? Nein! Nicht zu mir! Wenn der jetzt reingeht, ne! Ich hau den weg! Mach doch was! Bist du Pena dem Kopf oder was? Oh mein Gott, Alter! Ich habe mich weggeschossen! Wie so unhaft das grad war! Kein Abseits! Oh! Alter! Richter Aggro, Alter! Richter Aggro! Lauf, Leute! Lauf! Hau ihn um! Hau ihn um! Hau ihn um! Hau ihn um! Oh! Hier! Hier! Oh mein Gott, was war das denn? Ja! Ich find's in etwa, dass Curry den anderen noch ne Chance gibt! Geil! Ich habe auf dich gespielt! Geil, Kevin! Schiri! Nimm doch deine verdammte Pfeife in den Mund! Du Flöten, Johnny! Oh mein Gott! Ernsthaft? Ah, was? Ja! Wir haben das Spiel gewonnen! Sagt, wer das Spiel gewonnen hat! Oh! Geil! Du Naldi alter, lutscht dir das durch hier! Wie er grad was anderes sagen wollte! Was denn? Zum Abschluss dieses Spiel sag ich nur... Dann sag ich nur... Was auch immer das für Geräusch war! Ich weiß es nicht! Ja hier gibt's natürlich gleich noch die Highlights! Vielen Dank für euren Tipps! Und es war ein wunderschönes Spiel! Keine Ahnung, was mit dem Curry los ist! Was war das denn? Alter, wenn die... Wenn die... Wenn die im Gegner... So, jetzt die Highlights, meine Damen und Herren! Vielen, vielen Dank für die Suche! Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch! Wenn ihr für die deutsche und nationale Elf seid! Schreibt eure Tipps natürlich in die Kommentare! Für die reale Partie! Und für die virtuelle, die ja schon durch ist! Danke, danke! Und hier die Highlights! Danke! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020